Und das hier ist das Holz mit dem wir das ganze herstellen werden. Ich zeig dir das mal. Das hier ist ein Stück Rotbure. Das ist wirklich knochentrocken. Das habe ich vor fünf Jahren oder so zugeschnitten und da ist die Maserung halt eben unglaublich schön und das sollte ein schönes Ei werden. Ich habe hier ganz schemenhaft einen Kreis drauf angezeichnet und das werden wir jetzt mal ganz grob zuschneiden. Das Holz ist wirklich extrem hart und ich denke da muss ich einige Male das Eisen schärfen. Aber jetzt machen wir es erst mal rund. So, bevor ich jetzt weitermachen kann, muss ich erst mal andere Backen hier aufschrauben, denn die sind natürlich viel zu klein und ich denke ich werde einfach die Standardbacken aufschrauben. Mit denen werde ich auch einen guten Durchmesser anträgseln können. Die Spannfutter hier findet ihr auch übrigens auf meinem Shop. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich löse hier auch so ein bisschen die Rinde, weil das unten drunter noch cooler aussehen könnte. Ja genau, das möchte ich sehen. Als nächstes haben wir hier eine Gussform quasi und das müssen wir jetzt richtig dicht machen. Ich weiß aus vergangenen Projekten, dass dieses Epoxy wirklich über Nacht hin, wenn das Ganze dann trocknet, wirklich durch alle Ritzen kriecht. Deswegen wundert euch nicht, warum ich es hier gleich so gut meine mit dem Klebestoff. Ich benutze als Klebemittel Klippnum Dichte von Würth. Das ist einfach richtig krank gutes Zeug. Und damit sollte dann nichts mehr über Nacht tropfen können. Ich warte jetzt noch kurz, bis hier ein paar Blubberblasen hochkommen, weil das Harz erstmal bis ganz runterlaufen muss. Da warte ich jetzt kurz. Da sieht man auch schön, dass die Blasen an den Seiten hochschlagen. Das ist auch gut, damit das Harz auch bis ganz runterläuft. Und das lasse ich jetzt noch kurz ein bisschen ploppen und danach kommt dann der Rest rein. Unser Rohling ist fertig. Das bedeutet, wir können den gleich drechseln. Ich werde das Satero einfach wegdrechseln. Das sollte eigentlich funktionieren. Und das müssen wir jetzt einspannen. Spannende Angelegenheit mal wieder hier. Ui, ui, ui. Uah, ist das geil. Da haben wir schon mal so eine fette Blase. Das ist schlecht. So, jetzt machen wir es erstmal ein bisschen runde. So, jetzt machen wir es hier. So, jetzt machen wir es hier. Das Ganze konnte jetzt trocknen, beziehungsweise ich habe es ja schön trocken geblasen. Und als nächstes kommen wir mal wieder zum schönsten Step. Und zwar ist das das Finish. Da benutze ich wie immer mein eigenes Finish. Das funktioniert auch bei Harz ganz, ganz gut. Und jetzt tragen wir das mal hier schön auf. Und das ist das schöne Epoxy-Ei auch schon fertig. Ich denke, das wäre dann Ostern sehr, sehr schön in den Osterkorb schmücken. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein schönes Ei gedrechselt. Und die Optik ist richtig, richtig schön geworden mit diesem Harz. Vor allem auch mit dem Finish, auch dem Harz. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und es ist halt einfach so schön glatt geworden. Und man hat halt einfach ein schönes Stück Holz, was man sich sehr, sehr schön... Ansonsten soll es das auch schon mit diesem Video gewesen sein. War auch mal... Ansonsten soll es das auch schon mit diesem Video gewesen sein. War nicht so viel zu reden. Aber ich denke, es war ganz schön, beim Drechseln zuzusehen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz frohe Ostern. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und denkt immer dran, genügend Holz auf der Drechselbank zu haben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.